Die Poren sind kleine Öffnungen der Epidermis, welche für die Regulierung der Körpertemperatur wichtig sind, da sie die Atmung erlauben. Jeder Mensch hat rund zwei Millionen Poren über den ganzen Körper verteilt. Diese werden zwar meist ignoriert, sie haben jedoch wichtige Funktionen und sind notwendig, um die Haut vor externen Stoffen zu schützen. Die Größe kann je nach genetischer Veranlagung variieren. Die Poren weiten sich jedoch häufig auch durch eine übermäßige Funktion der Talgdrüsen, den Verlust von Elastizität der Haut und die frühzeitige Alterung. Die Poren können sich verstopfen, da sich darin abgestorbene Hautzellen und Unreinheiten ansammeln. Mit der Zeit kommt es dadurch zu unterschiedlichen Reaktionen. Wie zum Beispiel schwarzen Punkten und Akne. Aus diesem Grund sind viele auf der Suche nach Behandlungsmöglichkeiten, um die Poren zu verkleinern und zu reinigen und so ein gesundes, strahlendes Hautbild vorweisen zu können. Es gibt verschiedene natürliche Behandlungsmöglichkeiten, die äußerlich angewendet werden, um die Größe der Poren zu reduzieren und Unreinheiten zu beseitigen. Anschließend findest du die fünf besten Möglichkeiten, die du am besten selbst zu Hause ausprobierst. Natürlicher Tomatensaft enthält Säuren, die dazu beitragen, den pH-Wert der Haut zu regulieren und so geweitete und verstopfte Poren zu reduzieren. Durch das direkte Auftragen kann man auch chronische Akne behandeln. Denn damit wird die Talgproduktion kontrolliert und die Haut wird dadurch reiner und geschmeidiger. Wir empfehlen auch diesen Beitrag. Gesichtsmasken gegen unreine, unfettige Haut. Dieses Peeling wird mit Hafermehl und Honig hergestellt. Es hilft, Unreinheiten zu beseitigen, die die geweiteten Poren verstopfen. Um so eine schönere, gesunde Haut zu erhalten, die adstringierende Wirkung der Gurke in Kombination mit den Säuren der Milch ist ausgezeichnet zur Reduktion der Hautporen. Die darin enthaltenen Wirkstoffe verkleinern die Poren und beseitigen abgestorbene Hautzellen und Unreinheiten. Eiweiß kann ebenfalls von großer Hilfe sein, um die schwarzen Punkte zu beseitigen, die durch die erweiterten Poren auf dem Gesicht entstehen. Damit wird gleichzeitig der pH-Wert der Haut ausgeglichen und du kannst auch die Aktivität der Talgdrüsen regulieren. Entdecke auch diesen Beitrag. Masken mit Ei für schöne Haare Die Milchsäure des Naturjoghurts zählt zu den besten Wirkstoffen zur Reinigung der Poren und Entfernung abgestorbener Hautschüppchen. Sie schafft eine natürliche Schutzbarriere gegen Bakterien und hält gleichzeitig Hautflecken auf. Lese Tipp 3 Bei wunderbare Gesichtsmasten aus Gelatine probiere diese Behandlungen aus, um deine Poren zu reduzieren. Du wirst selbst sehen, wie wirksam sie sind. Gleichzeitig kannst du damit die Umwelt und deine Geldbörse schonen. Und dann kannst du damit mit dem Weg in die Machtfrau, um deine Poren zu reduzieren. Und dann kannst du auch die Händelwer-Klbs mit seinen Leitbösen zurückfallieren. Und dann kannst du auch die Ellens 가볍igen, dekken, die gesundheit der Gmböse verankenten haben, und dann kannst du auch die Trege und die reconstructive Art und Geistwerke repräsentieren. Und dann kannst du auch die Restrege und das Verkürchen Place auf. Dass du auch die Weltdruckbrust empfixierst. Und dann kannst du auch die Behandlung der Welt zu verletzt. Und dann kannst du auch die Welt und die Böden. Unsere Joseph Haber das Blütsparks, um die Weltbezester das große, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.